Ich würd' sagen, der fliegt nach hinten, oder? Ja, das ist nicht. Boah! Oh nein! Oh nein! Sachen im Schnee, das ist böse! Wow! Jo, Freunde, was geht's? Ich hoffe, euch geht's allen gut und seit langer Zeit endlich mal wieder ein neues YouTube-Video hier auf dem Kanal. Ich bin auf jeden Fall schon echt hyped, weil ich mich einfach freue, hier wieder mit Content durchziehen zu können. Und zwar bin ich heute am Start mit Valentin Lukas. Und zwar reacten wir heute auf Calisthenics-Fails. Bin ich auf jeden Fall schon richtig gespannt und ich find so Videos echt mega witzig. Und deswegen freue ich mich einfach mit euch da jetzt dann gleich drauf zu reacten. Valentin Lukas, kennt ihr wahrscheinlich schon von den davorigen Reactions. Beziehungsweise wir haben ja eine davor schon hochgeladen. Von dem her, ich würd' sagen, wir starten direkt mit dem Video rein. Also, let's go! Go! Best Recorder. Oh, Alter! Damn! Ja! Okay, schön flippen. Platz! Nee! Fuck! Oh! Yo! Ja, das passiert öfter! Ja, das passiert öfter! Oh! 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 Nein! Oh! Ich hab' es vorher gemacht. Also, ohne Matten ist es echt! Oh! Oh! Das hätt' auch o- hätt' auch nicht fehlstehen können. Ich hätt' direkt gewusst, beim ersten Schwung, das geht schief! Das sieht nicht gut aus. Oh! 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 Ja, das ist hart, das hart! Oh! Ich kann mir schon vorstellen, was sei jetzt passiert? Der fliegt safe jetzt gleich weg! Ich würd sagen, der fliegt da hinten, oder? Boah, ja, ja, genau das. Der ist auch nicht gut gelandet, sag ich. Oh nein, was kann denn da da passieren? Hä, was kann da passieren? Boah, Alter, dieser Moment, einfach wenn du merkst, dass du schon beim Greifen, dass du nicht richtig greifst. Nein, der hat gegen seine eigene Hand gegriffen, oder nicht? Warte? Geh nochmal zurück. Der hat gegen seine eigene Hand gegriffen. Ja doch, stimmt. Der hat auch seine eigene Hand gegriffen. Aber das ist nicht so schmerzhaft. Schau mal, wie der da hinten aber lacht. Ja, das ist nicht so schmerzhaft, das hat nur ein bisschen am Rücken wegetan, aber das ist nicht so schmerzhaft. Ja, also Schmerz hat das jetzt nicht so im Vergleich. Die Kasachen im Schnee, das ist böse. Boah, Junge. Okay, nichts so Schlimmes passiert, aber... Doch, doch, der hat seinen Kopf geschlagen. Achso, das hab ich gar nicht gesehen. Boah, das ist böse. Achso, ich hab gedacht, das ist einfach nur so hingefallen. Warte. Oh, beim Shrimpflip. Oh, das tut weh, Dinger. Oh mein Gott. Erstmal die Hälfte seiner Gehirnzellen verloren. Gehirnerschütterung. Ja, okay. Erstmal ein paar Gehirnzellen verloren. Oh mein Gott. Hälfte Gehirnzellen verloren, er. Das ist mir auch schon mal passiert, das... Bei Shrimpflip? Ja, ja. Boah. Ey, es ist bei jedem passiert. Aber es hat nicht so kasselig getan, Dinger. Bei ihm hat es schon ganz schön geschappert. Es ist bei jedem passiert, der den mal gelernt hat. For real, bei jedem. Ist das ey, wenn du zu hoch kickst und mit dem Kopf hoch? Ey, mach mir mal nicht so viel Angst, ich möchte den auch noch lernen. Ich hab den damals mit so einer Rugby-Kappe trainiert. Was hast du trainiert? Es gibt so Rugby-Kappen. Mhm. Um deinen Kopf zu schützen. Die hat nicht an. Die hatten so Polsterkopf. Bei Shrimpflip? Ja. Boah, okay. Weil ich echt oft, weil ich echt oft meinen Kopf gegen die Stange gewenkt hab. Aber egal, weiter. Also, weiter. Kann gut sein. Was hat denn hier gefällt? Ohhhh. 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 Das ist mein Move. Alter, die Faszien sind gelöst, Junge. Das ist schmerzhaft. Das ist schmerzhaft. Deswegen niemals Frontflip beim Pipas trainieren. Dieses Standbild. Wenn man keine Matten drunter hat und dann... Das ist over, Bro. Das ist over. Ja, ich denke jetzt bei ihm, er konnte es schon davor, deswegen hat es ohne Matten gemacht. Aber er hat halt jetzt gefällt. Das ist... Aber wenn sowas... Das ist schmerzhaftes Urgrund. Urgrau. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, no, 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 no. Okay, es ist noch gut ausgegangen. Ja, aber... Es ist noch... Es ist noch gut ausgegangen. Es ist noch gut ausgegangen. Äh? Ja, der ist verkackt. Das ist einfach schwach. Das ist einfach schwach. Das ist einfach schwach. Oh mein Gott. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Das war schwach. Aber was passiert? Das passiert auch. Das sind halt immer normale Fails. Ja, das sind normale Fails. Das ist... Der Loster-Fail. Wie kann der einen Pageback... Oh nein, der ist arme Kill. Warte, das hab ich grad gar nicht gesehen. Nochmal zu. Ey, das ist... Yo! Hahaha! Junge! Alter! Hard! Oh! Oh. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Da ist so viel passiert. Das ist was scaryes. Hey. Das ist aber schweres, hey. Ich blende vielleicht mal ein Video kurz ein. Aber bei mir ist auch mal was witziges passiert. Ich hab ja auch so Szyxxy gelernt im Garten. Und wir haben da so ne Hecke. Die ist nur so ein paar Meter weiter weg von der Stange. Und ich hab einfach damals Szyxxy probiert. Eigentlich genau so ähnlich wie bei ihm. Und ich hab auf einmal einfach so... Auf einmal abgeschaltet. Ich hab nicht mehr gespinnt. Bin dann einfach in der Hecke gelandet. aber das ist ja das sind los der feld ja aber gibt es meist jetzt wie das davor das ist also einfach teil vom training muss man ja das ist okay dass das das normale kraft das würde einfach so auf kopf fallen oder das mit diesem dismount oder was er gemacht ja das wird weh weil das sind steine einfach wenn der frust zu groß ist bei den statics ok kleine werbeunterbrechung und zwar möchte ich euch meinen sponsor bloßes vorstellen bloß ist so wie ich es gerne nennen das fitness amazon weil es halt einfach so viele produkte hat um den fitness und kalisthenics lifestyle zu erleichtern und zu ergänzen wie zb das multi-prz nämlich schon seit jahren jeden tag hat nämlich 20 vitamine und mineralien und deckt somit alles ab was ihr an vitaminen braucht zudem findet ihr auch kreatin und alle anderen supplements dort kreatin nämlich auch schon seit einem jahr ungefähr jeden tag hat auf jeden fall mir sehr bei der kraft und generell bei der energie geholfen und lässt natürlich auch die muskeln ein bisschen praller wirken ich kann euch gerne hier die vorteile von kreatin einblenden falls es euch interessiert ist es meisterforschendes supplement auf dem markt hat natürlich auch ganz viele andere vorteile zudem hat broses auch was ich gerne nehme magnesium plus kollagen kollagen ist gut für die gelenke und vor allem kalisthenics ist es wichtig weil sehr viel belastung auf den gelenken ist und magnesium natürlich auch wissen die meisten wahrscheinlich ist auch sehr wichtig für den körper bis hin zu mikrofonen mit dem ich hier schon die ganze zeit aufnehmen also bros hat wirklich alles nachdem ihr sucht klamotten alles also schaut gerne mal vorbei ihr könnt natürlich auch gerne den code jonas m benutzen um mich zu supporten und natürlich auch zehn prozent rabatt zu bekommen und bei manchen aktionen auch gratis zu bekommen ich weiß auf jeden fall jede bestellung die mit meinem code eingeht wert zu schätzen und ich würde sagen wir starten jetzt einfach mit dem video wieder weiter und ja also let's go weiter zum das ist auch belastend so lassen aber es war noch so ein losser fay ja obwohl warte ja griff kraft das ist gar nicht gar nicht durchgezogen er hat einfach gesagt okay oh nein diese hohen pibas und ich sehe das wieder zu hause mit leuten die keinen handstand können macht keinen anstatt an den hohen pibas bitte nicht endet nicht gut es endet nicht gut nicht mal ich komme ich das machen wo er hat schon das sind die jetzt die question so gegeneinander okay das war ww okay ja aber trotzdem ja okay sehr geil ist wie ich war wir müssen mehrmals so kalisthenicsfeld reinziehen weil ich ja witzig sehr heilsam das video wenn wir das öfter machen sollen schreibt in die kommentare ja stimmt schreibt es mal in die kommentare und generell wir schneiden einfach video also face von uns zusammen und wecken das wäre auch das war eine geile oder die zuschauer können dir oder mir oder lukas clips schicken und wir reagieren darauf wer auch hier haben wir schon mal richtig geile ideen für die zukunft schreibt auf jeden fall mal rein wie ihr das findet wir stellen es auf jeden fall auf die beine dann freue mich auf jeden fall drauf und das video war richtig geil checkt auf jeden fall das aus ich packe euch auch mal in die video beschreibung checkt auch mal den kanal aus ich weiß gar nicht wie er ist der ist best street workout echt sehr geiles video sehr unterhaltsam und ja also das war's mit dem video danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes mal also ciao ciao